Ja, bei mir jetzt der Torwart der SG Altersich, Kevin Zug, 1-0 gewonnen, du hast die Bude sauber gehalten. Ganz schön zu tun gehabt, ne? Ja, es waren ein paar Dinge dabei gewesen, die muss man bei so einem Schwert auch einfach halten. Wenn man die Dinger nicht hält, dann haben wir das 1-1 da stehen, haben am Ende nur den einen Punkt dabei. So bin ich froh, dass ich meiner Mannschaft helfen konnte, zu den drei Punkten weiterverhelfen konnte, die sehr, sehr wichtig waren gegen ganz starke Dörrwacher heute, die uns nicht viel Raum gelassen haben. Ja, kann man am Ende sagen, wir haben die drei Punkte, das reicht. Wie würdest du eure Leistung einschätzen? Also da wäre schon mehr gegangen heute, ne? Also der Trainer war ein bisschen unzufrieden so, ne? Also ihr könnt, glaube ich, schon besser spielen, oder? Ja, natürlich. Wir stehen auch nicht umsonst so weit oben. Wir hatten viel Verletzungspech gehabt. Aber wir sind einigermaßen wieder vollzählig, außer einem Mann. Ich würde sagen, wir haben unser Ding heute gemacht. Wir haben die drei Punkte mitgenommen und nur das zählt. Jetzt geht es gegen Wittlich, SV Wittlich. Da freut man sich jetzt drauf, ne? Da werden noch ein paar Zuschauer sein wahrscheinlich, ne? Natürlich. Das ist auch wieder ein sehr wichtiges Spiel. Wir haben im Allgemeinen nur noch wichtige Spiele bis zum Ende der Saison. Gegen Wittlich ist natürlich das Sahnehäubchen. Dritter gegen Erster. Aber trotzdem gehe ich da mit einem guten Gefühl in das Spiel rein, dass wir das auch rocken werden. Jetzt geht es jetzt gleich. Also das ist die Zeit, die Ich dich nicht sehen, die im Allgemeinen mit einem jedenmal verwundet. Ich bin hier sehr, zwei, drei oder drei, zwei, drei, 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 drei. Ich bin da vorne, triangle, eine zweite Runde und dann habe ich dir gefühlt. Aber ich bin jetzt einiger Punkt, der Kopf von Wittlich. Und jetzt geht es sich darum, wenn ich jetzt einfach mal wiederum, Vielen Dank.